Was ist das? Ja. Oh, ohne Spaß. Weil das Schaffnis unmenschlich, ganz ehrlich. Wenn du es auf Fixen geschafft hast, dann wisst ihr. Oh Gott. Nein, Fix, Fix, Fix. Fix, was los? Hallo Leute. Ja, ich bin zu doof gewesen, mein Mikro anzumachen. Aber wir sind hier in einem schmackhaften Burgerladen auf Madeira. Und hier gibt es eine XXL Burger Challenge. Die habe ich versucht. Dabei sind Chris, Jessie und Maxi und viel Spaß mit dem Video. Let's go. Fix vor der Challenge. Sieht gesund aus. Kein Essen auf dem T-Shirt. Er freut sich. Ich werde sterben, ich weiß es. Was ist das? Schmeckt aber nice. Wie sie mit dem Früttchen übertreiben. Extra, alles extra. Hören wir mal, dass es nicht schafft. Er ist auf jeden Fall größer, als ich gedacht. Schmeckt aber echt nice. Aber ich glaube, das Brötchen wird mich fehlen. Es ist einfach so viel Brötchen. Du kannst es aber schaffen. Wir glauben alle an dich, Fix. Du bist doch der Fixer, du. Lass mir einen Daumen nach oben da, wenn ihr an mich glaubt. Ja. Danke. Bis gleich. Bis gleich. Ich hab 10 Minuten für den halben Burger geschafft. Es kommt gern drei Hälfte. Kann man irgendwie sterben, wenn man zu viel isst? Vermutlich ja. Aber von dem her glaube ich nicht. Darüber hatte ich noch nicht nachgedacht. Ich sehe schon so, als würde ich sterben. Ich weiß schon, dass ich viel im Bauch habe. Aber jetzt wird abfangen. Schau, das ist alles nass. Das ist eigentlich viel zu viel Brötchen. Das drin wäre kein Problem, wenn das Brötchen ein bisschen dünner wäre. Viel glückbarer, zweiten Hälfte Fix. Dankeschön. Du drückst mir die Daumen. Wunderbar. Das ist geil. Ich brauch mal essen, ne? Danke. 15 Minuten, ich hab grad mal die Hälfte der Zeit. Heitern schon vom Burger. Wie viel? Drei Sitzel? Unge. Du musst doch auf jeden Fall reagieren. Die Junge leidet, Alter. Kannst es schaffen. Vor Unge. Ich bin König Unge. Ungeklickt. Platz eins in den Schatten, wenn ihr Hunger mögt. Ich sag mal so, die Pommes, die sind schon echt zu viel. Wenn du es auf Fixen geschafft hast, dann müsst ihr in den Fixen-Entwicklschauen. Also Fix, was meinst du? Wirst du es schaffen? Boah. Ich weiß nicht. 13 Minuten. Ich bin langsam echt ultra voll. Ich bin echt voll. Aber ich werde nicht aufgeben, bis die Uhr klingelt. Bis die Uhr klingelt. Weil ich weiter essen. Und weiter essen. Und weiter essen. Und ein bisschen trinken. Das ist mein letztes Stück Fleisch. Und sonst ist es nur Brötchen mit Salat. Du schaffst das Fix. Du schaffst das Fix. In neun Minuten noch, Alter. Den glauben wir nicht. Schaffst du es? Mal schauen. Es ist nur noch ein Stück Rot. Nicht mal schauen. Sag, du schaffst das. Das ist gut. Für uns. Das ist auch mein Ziel. Für König Unge. Für König Unge. Ist das denn ein Pommes draufgepackt? Ja. Geil. Pommesblatt. Er wird jetzt kreativ. Oh ja. Das bleibt auch essen, bitte. Danke. Ich wollte dir das bleibt unauffällig verschwinden lassen. Nur aufs Essen konzentrieren. Du musst doch nicht zahlen, wenn das auf ist. Denk dran. Esst umsonst. Es ist so kacke. Es ist jetzt nur noch Brot und Salat. Und es schmeckt einfach nicht mehr geil. Der Proma ist noch lecker. Jetzt ist es nur noch eine Qual. Jetzt halt Tick. Du kannst es schaffen. Los, Prinz, Fix. Los. Ich esse jetzt mit Absicht alle Pommes, damit ihr keine Pommes bekommt. Hä? Was ist das? Hä? Hä? Fix schafft es nicht. Fix schafft es nicht. Dein Tempo hat nachgelassen. Junge, es schmeckt nicht mehr. Du siehst schon ein bisschen zorn, als würdest du leiden. Nein, ich leide gar nicht. Sag Crater Code Fix. Crater Code Fix. Siehst du, er macht sogar Werbung für dich. Crater Code Fix, damit ich mir das Essen leisten kann. Das Essen ist umsonst, wenn du da auf bist. Ja. Gib nicht auf, Fix. Gib nicht auf. Ich glaube an dich. Es ist so eklig. Es ist so eklig. Es schmeckt einfach nur eklig. Nichts ist einer satt von uns. Oh, mein Magen, Alter. Machst du das Schatz nicht mehr? Ich glaube, ich habe es nicht mehr. Das liegen ja viel, ne? Vier Minuten. Was sagt dein Magen? Noch mehr. Noch mehr. Wir wollen Burger. Oh yeah. Es wird sehr knapp. Ja, es wird sehr knapp. Was ist die Pommes, ist einfach übrig für uns, bitte. Ohne Spaß. Weil das Schaffung ist unmenschlich. Ganz ehrlich. Wie soll man es so schaffen? Hobby reiten. Kann man sich darauf. Ja, ich glaube. Du hättest, glaube ich, davor, ein paar Tage, davor richtig massereich essen müssen. Oh Gott. In dem Magenhaus zu dehnen. Ja. Ich glaube, es ist vorbei. Nein. Nein. Eine Minute. Aus. Mechse freut sich, dann kann er endlich die Pommes essen. Ja, endlich, Alter. Darauf hat ich schon ganz Zeit. Und das nächste Mal, wenn ich hier auf Madeira bin, falls ich mal hier sein werde, meine Zeit ist vorbei. Dann werde ich es nochmal probieren. Okay. Aber ich glaube, mit ein bisschen mehr Zeit wird es auch gehen, ne? Ja. Das hättest du mir schon runterwürgen können. Aber nicht in der Zeit. Oh, hey. Ich kann nicht mehr, Alter. Ich bin gespannt, wie es so in der Stunde ist oder so. Ich glaube, laufen wird jetzt ultra anstrengend. Danke, Herr Pommes. Und ja, Maxi, jetzt zieht die Reste noch. Aber der Rest, ne? Er ist einfach nur noch Brötchen und Salat. What the fuck, ey? Alter, ich habe ihn fast geschafft, Mann. Es war nicht mehr viel. Ohne Spaß, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da und ich versuche es das nächste Mal nochmal safe. Ja, ich habe. Oh Mann. Okay. Okay. Bis zum nächsten Mal.